Herzlich Willkommen zu unserem neuen Tag der MW3 Together. Wie oft denn noch ist es Let's Play MW3 Together? Ich hab aber keinen Bock, das Let's Play zu sagen. Dauert viel zu lange. Ja, ist ja gut. Chill mal, du. Drück mal Samtex reingeh... Läuft! Du bist gestorben! Ja, geil. Du weißt, ein Martyrium ist wahrscheinlich... Ja, ja, da kämpft der rum, da kämpft der rum. Und schießt zwischen der Spalte da. Ja. Wir haben die Führung verloren. Oh, die geht nicht hoch. Oh, die geht sogar nicht hoch. Sollte es raus. Wir sind in Pyrrho. Hier. Oh, da wurde ich von der Seite angewichst. Ja, da kämpft der dazwischen. Ja, mein ich ja. Wie oft denn noch... Ja, das ist natürlich extrem geil. Alter, die G36 ist ja mal richtig Hammer. Hi. 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 Meinst du, ich krieg den von Jus? Du weißt gar nicht, wie du meinst. Läu... Ich helf dir mal. Ja, baller da mal... Jupp da mal rein. Juppla. Scheiße, ich hab keine Muni mehr. Ah, geil. Ich find den nicht mehr. Ah. Zum Glück wurde ich getötet. Jo, komm wieder her. Predator, was denn noch? Ach, das waren zwei. Ja, bestimmt. Ah, der ist tot. Bist du? Ja. Ich komm da um die Ecke gesprungen und werde getötet. Das ist schön. Maria. Luke, 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 Luke. Schießt ihr die ganze Zeit oben aus dem Haus auf mich und trifft mich einfach nicht. Uiui. Einen Autos vom Xp. Und ich bin nicht tot. Ist gut. Ey, dieser... Ah, nee, der campt. Zum Glück nicht mehr rum. Ach, der geht jetzt wieder zum Campen da rein. Klar. Wechsel. Ach, da bist du. Hey, wir haben T-Flieger Ja, wir haben T-Flieger Ja Nice Ja, keine Muni mehr Ich nehme mal irgendeine SCAR, die ich hier gefunden habe Nicht meine Irgendwie laufe ich die ganze Zeit im Kreis Aber ich weiß nicht, wieso Ja, kommen schon wieder von hinten, kommen wir immer an Auf allen Dingen, da sind sie ja noch zu dumm, um mich zu messern Exklusivgörder ist unterwegs Achtung, feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet Yeah, das war schön Ja, ich hab mir einfach weggetubed Langsam wird's auch dir zu blöd, oder? Ja Hä? Komm, bleib doch hier Oha, Granate Oh shit Ich wollte die gerade zockt werfen Oh, scheiße Oh, eine freundliche Abwurfalle, die kann ich ja gar nicht aufsammeln Ja, mach mal Die kann ich gar nicht aufsammeln Ja, ach, deswegen ja Weißt du, Ironie ist was Schönes Ey Ja, drei Mann Drei verfickte Männer Hä? Ne, ist das nicht freundlich Schon wieder ein Level Up Geht eigentlich ganz schön schnell Wenn man sich so überlegt Ja, da geht der mit der Users rein Oder Users Wie man's haben will Und da hinten ist schon hier einer Weggebombt Und da wurde ich wegge... Ich will das Wort jetzt nicht aussprechen Weil auf jeden Fall auch noch Minderjährige unsere Aufnahmen bekommen werden Obwohl auch wir Minderjährig sind Und... Nein, sind wir gar nicht Nein, nein, nein Wir sind 36 Genau Wir sind 36-jährige Schule, wir sind... Ja Wie oft sitzen geblieben? Was? Wie oft sind wir sitzen geblieben? Du bist zweimal, ich noch gar nicht Ich... Ich... Ich wurde einfach mit... Aber wenn wir 36 sind? Ich... Ich wurde einfach mit 29 eingeschult, weißt du Okay, genau Aber dann wärst du jetzt nicht in der siebten Oder? Doch Ah ne, ich wurde mit 30 eingeschult Ich bin ja eine Klasse übersprungen Genau So, noch eine Runde